Wichtige Änderungen im Dezember 2023 für Rentner und Verbraucher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, der Monat November 2023 ist fast vorbei. Das Jahr 2023 steht sozusagen auf der Zielgeraden. Weihnachten steht auch bald vor der Tür. Es gibt natürlich im Monat Dezember 2023 auch wieder gesetzliche Änderungen, die auch für Rentner wichtig sein können, aber auch für Arbeitnehmer und Verbraucher. Und ich will jetzt mal mit der langen Vorrede aufhören und ich starte einfach schon mal in die Änderungen. Ich habe dazu eine kleine Folie vorbereitet und los geht's mit den Geburtsjahrgängen, die erstmals im Dezember 2023 in Rente gehen können. Da wissen Sie, haben wir die Regelaltersrente und da können die Geburtsjahrgänge vom 2. Dezember 1957 bis einschließlich 31.12.1957 erstmals im Dezember 2023 in die Regelaltersrente gehen oder diese beanspruchen. Wir brauchen natürlich noch fünf Jahre Wartezeit. Das sind ausschließlich Beitragszeiten. Versicherte, die am 1. Januar 1958 geboren wurden, also einen Tag nach dem 31.12.1957, können erstmals die Regelaltersrente zum 1. Januar 2024 in Anspruch nehmen, denn sie vollenden am 31.12.2023 um 24 Uhr das 66. Lebensjahr. Kommen wir zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Versicherte, die in der Zeit vom 2. März 1962 bis zum 1. April 1962, also kein April-Scherz, 1. April 1962 geboren sind, können am 1.12.2023 erstmals die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen. Der Abschlag beträgt beim erstmaligen Beginn dieser Rente 10,8 Prozent. Wer am 2. April 1962 geboren wurde, kann die Rente erst zum 1. Januar 2024 in Anspruch nehmen. Die Altersrente für langjährig Versicherte, das ist die, die sie erstmals mit 63 Jahren in Anspruch nehmen können. Die Geburtsjahrgänge vom 2.11.1960 bis zum 1.12.1960 können erstmals zum 1.12.2023 die Altersrente für langjährig Versicherte beanspruchen. Dann natürlich mit einem entsprechenden Abschlag. Dazu werden natürlich ähnlich wie bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen noch 35 Jahre Wartezeit benötigt. Die müssen bei Rentenbeginn vorliegen. Last but not least, meine Lieblingsrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Da können die Geburtsjahrgänge vom 2. September 1959 bis zum 1.10.1959 diese Altersrente mit Vollendung des 64. Lebensjahres und zwei Kalendermonate erstmals zum 1.12.2023 in Anspruch nehmen oder beanspruchen. Voraussetzung ist natürlich, dass zum Rentenbeginn 45 Jahre Wartezeit vorliegen. Bitte nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Ohne Antrag gibt es in der Regel keine Altersrente. Der Rentenantrag kann in bestimmten Konstellationen auch noch für drei Monate rückwirkend gestellt werden. Bitte nachlesen im § 99 SGB VI. Kommen wir zur zweiten Änderung und das ist auch eine wichtige Änderung für Sie. Der Rentenzahltag im Monat Dezember 2023. Das ist ein Freitag, der 29.12.2023. Denn dieser Freitag ist der letzte Bankarbeitstag im Dezember 2023. Der Sonntag ist ja der Silvestertag. Da gibt es ja so oder so an einem Sonntag keine Rentenzahlungen. Die Auszahlung der Monatsrente für den Monat Dezember, wenn sie nachschüssig gezahlt wird, wird für den laufenden Monat auch am 29.12.2023 gezahlt. Oder aber für den Monat, für den Januar 2024 dann als vorschüssige Zahlung. Das sind die Leute, die eine Rente schon haben, die vor dem 1.4.2024 begonnen hat. Da gibt es die Rentenzahlung auch am 29.12.2023. Gehen wir mal in die nächste Geschichte rein. Die dritte wichtige Änderung. Das ist auch klar. Der Auszahlungstermin des Bürgergelds Dezember 2023 ist der 30.11.2023. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das dürfte ein Donnerstag sein, der 30.11.2023. Und jetzt kommt natürlich noch etwas ganz besonders Erfreuliches für diejenigen, die Bürgergeld beziehen, gibt es sozusagen Grund zur doppelten Freude. Denn das Bürgergeld, was im Januar 2024 sozusagen eigentlich fällig wäre, wird am 29.12.2023 schon gezahlt. Das ist klar. Bürgergeld ist eine existenzsichernde Leistung. Deshalb wird sie immer vorschüssig gezahlt. Und dieses Bürgergeld ist deshalb, sagen wir mal so, erfreulich, weil nämlich am 29.12.2023 das neue erhöhte Bürgergeld 2024 mit den erhöhten Regelsätzen schon im Jahr 2023, also am 29.12.2023 gezahlt wird. Kommen wir zur vierten Änderung. Das ist der Zahltag Wohngeld für den Monat Dezember 2023. Das findet auch am 30.11.2023 statt. Wohngeld muss auch als vorschüssige Leistung gezahlt werden. Denn Sie wissen, Mieten werden meistens immer bis zum dritten Werktag eines Folgemonats zur Zahlung fällig. Das Geld wird meistens immer am Anfang des Monats dann durch den Vermieter eingezogen. Und die letzte wichtige Änderung aus meiner Sicht ist, dass für den Monat Dezember 2023 der Vermieter hat nur noch bis zum 31.12.2023 Zeit, die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 zu erstellen. Und auch nachweislich spätestens am 31.12.2023 dem Mieter zuzustellen. Macht der Vermieter das nicht, ist Schluss mit lustig, dann kann er eventuelle Nachzahlungsforderungen nicht mehr gegen den Mieter geltend machen. Dann hat der Vermieter sozusagen Pech gehabt, wenn er den 31.12.2023 vergisst. Ich rate jeden Mieter an, beim Vermieter nicht von sich aus nachzufragen, was die Nebenkostenabrechnung macht. Manche sind halt eben säumig und wenn die Nebenkostenabrechnung dann erst im Januar 2024 kommt, hat der Vermieter halt Pech gehabt. Ja, meine Damen und Herren, das soll es sozusagen gewesen sein für die Änderungen im Monat Dezember 2023. Sie wissen, ich bin sportbegeistert und alle sportbegeisterten Fans schauen möglicherweise oder zumindest Skisportbegeisterte Fans schauen möglicherweise dann Ende Dezember sich die Vierschanzentournee der Männer an. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ich hoffe, dass vielleicht hier es einen deutschen Überraschungssieger geben wird. Es wäre mal an der Zeit. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu den Änderungen 2023 im Dezember. Näheres dazu finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke vorweihnachtliche Zeit. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.